Willkommen zu meinem Podcast mit der Frage, worum geht es im Fach Problemlösung und Entscheidungsfindung. Grundsätzlicher Anknüpfungspunkt ist, dass jeder für sich Entscheidungen treffen kann und muss. Das ist nicht weiter schlimm, solange ich in meinem Verantwortungsbereich der Einzige bin, der Entscheidungen zu treffen hat. Dann bin ich King im Ring. Sobald ich aber, wie auf dem mittleren Bild zu sehen, sobald ich die Situation habe, dass King Kong trifft, bedeutet es, ich treffe meine Entscheidungen in meinem Verantwortungsbereich und ein Gegenüber trifft seine Entscheidungen in seinem Verantwortungsbereich. Solange die beiden Verantwortungsbereiche und die beiden Entscheidungskreise nicht miteinander zu tun haben, kann das noch gut gehen. Aber das Ziel von Entscheidungsfindung ist ja, dass mindestens zwei Personen zusammen eine für beide tragfähige Entscheidung finden und treffen, so wie es oben rechts zu sehen ist. Und die Frage ist, wie ist es möglich, dass unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Zielsetzungen gemeinsam Entscheidungen treffen und einhalten. Das ist die Frage, um die es geht. Wir beschäftigen uns mit dem Phänomen Problemlösung und Entscheidungsfindung in einem betriebswirtschaftlichen Kontext. Betriebswirtschaft heißt, wir denken im Kern immer daran, Wertschöpfung zu ermöglichen. Wertschöpfung meint, Produkte oder Dienstleistungen so zu produzieren, dass Kunden dafür einen Preis zahlen, der die Kosten der Vorleistungen übersteigt. Betriebswirtschaftslehre Begeisterte werden jetzt gehört haben. Hier geht es um Herstellkosten und Kosten- und Leistungsrechnung. Wertschöpfungsprozesse sollen zugekaufte Vorleistungen, die sogenannten Inputs, in verkaufbare Leistungen, den sogenannten Outputs, transformieren. In diesem Zusammenhang meint dann Organisation nichts anderes als die dauerhafte Regelung von Verantwortungsbereichen entlang solcher Wertschöpfungsprozesse. Diese Wertschöpfungsprozesse weisen unterschiedliche Phasen auf und diese Phasen sind durch Schnittstellen voneinander getrennt. Berühmte Phasen entlang der Wertschöpfung wären zum Beispiel die Abteilungen Einkauf, Produktion und Verkauf. Wertschöpfungsprozesse enthalten Schnittstellen, die unterschiedliche Phasen voneinander trennen, aber gleichzeitig sind diese Schnittstellen auch in der Lage, die unterschiedlichen Phasen einer Wertschöpfung miteinander zu verbinden. Die Verbindung läuft so, dass während der Fabrikation natürlich energetische, informationelle und Warenflüsse durchgängig durchlaufen sollen, um eine Wertschöpfung möglichst reibungslos zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund bezieht sich Problemlösung und Entscheidungsfindung oft auf die gezielte Gestaltung solcher Schnittstellen zwischen Verantwortungsbereichen entlang arbeitsteiliger Wertschöpfung. Die Wertschöpfung ist Ausgangspunkt, Schnittpunkt und der gemeinsame Nenner fast aller Komponenten innerhalb der Betriebswirtschaftslehre. Und das bildet nun den Hintergrund für unsere Fragen nach Problemlösung und Entscheidungsfindung. Grundlegend kann man sich dem Themenfeld durch wenige zweckdägliche Arbeitsdefinitionen nähern. Zunächst einmal, was ist ein Problem? Ein Problem meint letztendlich eine unbefriedigende Ausgangssituation, die in eine befriedigendere Zielsituation überführt werden soll. Man findet sich in einer Situation vor, die in irgendeinem Punkt ungut ist und man versucht, alles zu einer besseren Situation zu gelangen. Das meint ein Problem. Problemlösung meint dann, aufgrund bewusster Denkprozesse mit bewusst durchgeführten Maßnahmen eine definierte Ausgangssituation gezielt und bewusst in einen Sollzustand zu überführen. Und dann bedeutet Entscheidung nichts anderes als das Aufstellen und das Befolgen von Regeln, die das Verhalten und die Erwartungen der Beteiligten auf ein Resultat ausrichten. Das Resultat ist dann der erwünschte Sollzustand, der angestrebt wird. Entscheidungsfindung meint in diesem Zusammenhang dann das Zusammenfügen von einzelnen Entscheidungen der Beteiligten bezüglich des gemeinsamen Gebrauches von bestimmten Annahmen. Annahmen werden immer benötigt, um überhaupt Entscheidungen herbeiführen zu können. Denn zunächst einmal muss angenommen werden, dass das Problem überhaupt ein Problem ist und so wie wir das Problem abgegrenzt haben, ist es für uns zweckdienlich. Wenn das nicht angenommen werden kann, ist die Arbeit am Problem letztendlich nicht von Erfolg gekrönt. Mit diesen wenigen zweckdienlichen Arbeitsdefinitionen können wir uns dem Phänomen Problemlösung und Entscheidungsfindung in entscheidender Weise nähern. Grundsätzlich ist zu beachten, dass ein Ziel verschiedene Wirkungen hat. Die beiden Hauptwirkungen eines Ziels werden jetzt erläutert. Wenn wir uns vorstellen, wir haben eine gegebene Ist-Situation und zwei unterschiedliche Soll-Situationen, die deutlich entfernt sind von der aktuellen Ist-Situation. Dann ergibt sich, dass die Abweichung von einer Soll-Situation zur Ist-Situation, diese Abweichung, wird als Problematik anerkannt. Und wir sehen hier, je weiter die Soll-Situation vom aktuellen Ist-Entfernt ist, desto größer ist das Problem. Wir können somit sagen, das Ziel bestimmt maßgeblich das, was als Problem angesehen wird. Zugleich ist es aber auch so, dass die Zeit, in der wir uns zu entscheiden haben, eine prägende Rolle spielt. Wenn wir wieder zwei verschiedenartige Soll-Situationen haben, die deutlich entfernt sind von einer Ist-Situation, dann ist zwingend zu berücksichtigen, wie lange haben wir noch Zeit, eine Problemlösung herbeizuführen. Wenn wir zum Beispiel eine Treppe von 100 Stufen vor uns haben und wir haben 10 Tage Zeit, die Treppe zu gehen, dann bleibt im Durchschnitt die Möglichkeit offen, dass wir pro Tag 10 Stufen steigen und am Ende der Zeit oben auf der Treppe angekommen sein werden. Wenn wir hingegen erstmal ein paar Tage nichts tun und dann nur noch zwei Tage Zeit haben, die gleiche Treppe zu gehen, dann müssen wir uns erheblich anstrengen und haben am Tag 50 Stufen zu ersteigen, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Je länger wir mit der konkreten Entscheidung und der Umsetzung dieser Entscheidung warten, desto stärker ist die Anstrengung, die wir brauchen, um zum Ziel zu gelangen. Das sieht man hier an den beiden Winkeln Alpha und Beta. Je länger wir warten, desto mehr Anstrengung brauchen wir und desto unwahrscheinlicher ist es, das Ziel zu erreichen, weil eben die Anstrengungen immer größer werden müssen. Insofern ergibt sich, der Zeitpunkt der Entscheidung prägt auch maßgeblich das Problem. Nachdem wir gehört haben, welche beiden Hauptwirkungen ein Ziel innerhalb der Problemlösung hat, sollten wir uns vorstellen, was das ist, was man Modell nennt. In der Entscheidungstheorie werden nicht Probleme angegangen, sondern Probleme werden in Modelle überführt und die Modelle werden dann bearbeitet. Insofern ist es wichtig zu wissen, was ein Modell in diesem Zusammenhang ist. Ein Modell ist eine auf bestimmte Zwecke ausgerichtete, vereinfachende Abbildung eines abgebildeten Urbildes. Ein Modell ist also auf keinen Fall das Einfangen eines bestimmten Sachzusammenhangs, sondern es ist immer das auf einen bestimmten Zweck ausgerichtete, sehr stark vereinfachende Abbild. Insofern ist ein Modell immer gezielt konstruiert und stellt eine zielgerichtete Konstruktion dar. Diese gezielte Konstruktion basiert dann auf viele Entscheidungen über die Abgrenzung eines realen Zusammenhangs. Wenn ich das Problem nicht abgrenzen kann, habe ich große Schwierigkeiten weiterzumachen. Die Konstruktion basiert auf Entscheidungen über den verwendeten Maßstab. Also ich muss wissen, ob ich die Längen in Zoll oder Fuß oder Zentimeter oder Nanometer angebe. Das Modell baut auch auf auf Entscheidungen über die Bedeutung der einzelnen Komponenten. Welche Komponente des realen Sachverhalts ist besonders bedeutsam und welche Komponente könnte ich im Notfall noch weglassen, um eine Vereinfachung zu erreichen? Der Wert eines solchen Modells liegt dann letztendlich in der Versprachlichung von Vorstellungen. Diese Versprachlichung ist günstig, um mit anderen Personen in einen Dialog einzutreten, um eine gemeinsame Sichtweise zu erlangen. Aufgrund einer gemeinsamen Sicht der Dinge kann man dann zusammen am Problem arbeiten. Als Beispiel haben wir hier oben zwei verschiedenartige Abbildungen der Erde. Einmal ein dreidimensionaler Globus von innen beleuchtet und einmal eine zweidimensionale Karte. Nun ist jedem klar, dass die Erde nicht an einer Metallaufhängung aufgehängt ist und mit einer 220 Watt Birne beleuchtet wird. Das ist auch nicht zwingend nötig, aber der Globus, den wir hier sehen, ist eine mögliche modellhafte Abbildung der Erde, weil die Flächenentfernungen voneinander gut dargestellt werden. Und dafür ist ein Globus eine gute modellhafte Abbildung, obwohl die Erde nicht mit 220 Watt beleuchtet wird. In der Entscheidungstheorie, die man oft zurate zieht bei Entscheidungsfindung und Problemlösung, in der Entscheidungstheorie hat man im Grunde genommen ein vierphasiges Vorgehen. Zunächst einmal wird ein reales Problem als Problem erkannt und so gut wie möglich abgegrenzt. Die Abgrenzung erfolgt mindestens dadurch, dass wir versprachlichen, worum es eigentlich geht. Diese verbale Beschreibung wird dann versucht, in ein formales Modell zu überführen. Man versucht dann, die verbale Beschreibung in ein formales Modell zu überführen. Meistens ist dieses formgebundene Modell sehr mathematisch geprägt. Das formale Modell wird dann formgebunden in einer formalen Lösung zugeführt. Meistens auf mathematischem Weg mit Differenzialgleichung, Differenzengleichung, Vektorrechnung, was man alles Schönes machen kann. Die formgebundene, oft mathematische Lösung wird dann so interpretiert, dass man verstehen kann, was von dieser meist durch Ziffern angegebenen Lösung in eine reale Handlung überführt werden kann, damit man auch konkrete Maßnahmenpläne erstellen kann. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen wird dann versucht, das, was anfangs als reales Problem dargestellt werden konnte, so zu ändern, dass man dem gewünschten Ziel näher kommt. Während es also Milliarden von speziellen Einzelfällen gibt, gibt es innerhalb der Entscheidungstheorie eine abziehbare Menge an Möglichkeiten, formale Modelle zu bilden und formgebunden zu Lösungen zu kommen, zu grundsätzlichen Lösungen, die dann jedes Mal so bearbeitet werden müssen, dass sie auf den jetzt vorgefundenen Einzelfall passen. Und im Rahmen der Lehrveranstaltung werden wir das grundsätzliche Vorgehen in verschiedenen Aspekten beleuchten. Wir haben also gefunden, Problemlösung und Entscheidungsfindung beziehen sich beide oft auf die gezielte Gestaltung von Schnittstellen innerhalb oder zwischen einzelnen Verantwortungsbereichen entlang arbeitsteiliger Wertschöpfungsprozesse. Und in diesem Zusammenhang werden wir in der Lehrveranstaltung näher besprechen, was sind mentale Modelle und welchen Bezug haben sie zu Problemlösung. Was sagt uns die Modelltheorie, um Möglichkeiten der Entscheidungsfindung in die Welt zu setzen? Worum geht es beim Trilemma bezüglich der Begründung von bestimmten Handlungsweisen? Inwiefern können wir Rationalität heranziehen, um gute Maßnahmen zu entwickeln? Wie ist es möglich, eine Problematik sinnvoll und doch gut genug abzugrenzen? Wie können wir zusammen Entscheidungen treffen? Was sagt die Entscheidungstheorie über Möglichkeiten und Grenzen des nützlichen Vorgehens? Wie ist es möglich, mit unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammen zu kooperieren? Gibt uns vielleicht die goldene Regel Hinweise zum konkreten Vorgehen innerhalb von Problemlösungsprozessen? Und wie ist es möglich, multipersonelle Entscheidungen zu gestalten? Multipersonelle Entscheidungen zeichnen sich dadurch aus, dass verschiedenartige Menschen unterschiedliche Ziele verfolgen und doch zusammen an einem Entscheidungsprozess arbeiten. Auch das ist möglich. Wie das geht, wird in der Lehrveranstaltung gezeigt. Wir kommen also zu der Zusammenfassung. Eine Entscheidungsfindung meint, dass sozial beeinflusste Aufstellen und Befolgen von Regeln, die die Erwartungshaltungen und die Verhaltensweisen der an der oftmals arbeitsteiligen Wertschöpfung Beteiligten auf eine zielführende Ressourcenverwendung ausrichten sollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.